. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir wollen die ersten Eindrücke. Oh ja, die Händchen. Das sind schon glasen Spielen an den Händen, aber das macht wahrscheinlich jetzt gar nichts. So, jetzt? Oder jetzt? Wie geht's dir? Meine Hände sind okay, aber so. Du bist eine griffige Siegerecht. Wie war die Strecke? Am Ende wurde ich kaputt, aber es ging eigentlich. Es war recht staubig. Also wir hatten den Eindruck, dass nach einer Stunde etwa sehr, sehr viel Staub auf der Strecke war. Ja, den Strecke habe ich genug gemacht. Strecke hast du genug gemacht?